Willkommen Zurück, liebe Leute So, let's play, es ist Volley World Wir fangen heute an mit der zweiten World Im ersten Teil mit dem ersten Level Welt 2 1 Wüste wählen Und damit geht's gleich los Wie immer ohne Trick ein Stacker und das ganze Zusatz Demanz, äh das Sparma uns effektiv So Los geht's Hey, ich find's auch sehr schön, dass jede Welt und dass sie sich aufgebaut ist sehr egal, was sie nennen Ideen Alles, was hier verwendet wird Sehr schön, auch hier mit dem Spummelweg Ja, das ist auch Mal was sehr schön ist Mal was anderes fallen Ich glaub, der wär kein Secret oder sowas gewesen I don't know Ich glaub, ne Ich glaub, ne Verkommen ist eine Clowns durch die Gegend Machen wir Angst Verstandlicherweise Was sind Machen wir die Clowns durch die Kasse? das heißt jetzt ist rein zu gesperrt oder geht sie weiter hallo ich kann es nicht nicht auf die plattform der landen hallo endlich was war das gerade das teil mit welchen wer man brauchen könnte ist keine komm du hast doch immer dasselbe jetzt kommt man nicht durch komm nein das ist weg was von dahinten wieder loslegen also diese welt mit den kommissen flabbel den mann hier gefällt mir persönlich jetzt nicht so hallo wichser wie gesagt die welt gefällt mir so nicht so das ist immer jetzt sehr schön jetzt hat mir weitermachen können und die menschen überlegen wie es hier weitergeht hallo ich bin eigentlich drauf gesprungen auf dieses heißt pflanze ich glaube immer muss ich glaube ich drauf schießen ich brauche jetzt einen neuen wollknoll den ich die pflanze lahm lege nein vergessen ich brauche immer neue da ist gerade so bescheuert mit dem ganzen was das wäre dann erstmal eine lustige kombo das ist im richtigen moment treffen sagt es als schwerfände das ist nicht easy das ist nicht nur den weg in dem man hat einen versperrt wird es ist mir wirklich geht und im dritten teil der noch kommt halleluja ach scheiße damit hallo was ist denn das ich komme nicht hoch maa ich möchte mich kein leicht an Teil der Rekt. Schaut doch mal. komisse nein 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 das heise sehr schön mit einem herz haben wir es all beendet immerhin habe ich beendet die sind applaus wert gut geil geil oder so ähnlich so es hat aber kann ich gut verstehen das wäre schön ja sonst ding soll weiterkommen ja ich glaube es gibt vier welten oder like this und heute sommer dass wir jetzt eben noch die welt 2 also welt 2 2 machen die jetzt hier freigeschaltet wird und am nächsten part welt 2 3 cetera also weiter geht's welt mit mit welt 2 2 hintergründige hülle ohne trigg anstecker wie immer und auch los geht's los run jessi war los geht's das ist irgend so ein hintergrund die gehöre die geste komische mäuse die es heißt das klauen was man jetzt braucht denn es war den geblieben die Probenstur oder doch her wenn die Probenstatt soll ich als er noch aus diese Bösen bei Liebe Komm du her, es macht es kalt Nein Fick Fick das So Komm immer neu nach, das ist nicht schön Scheiße sind jetzt zwei Stück Aber kann der fressen Sehr schön Scheiße So Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Prozent 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 er war bei uns von der Bekannte Ich bin ein Wettbewerb. Hä? Sehr schön Nein Ich brauche Trängelnswolle Ich komme hier glaube ich nicht weiter Ich habe einfach keine Wolle mehr Macht ganze Sachen leicht heiße Ich habe auch keines irgendwie neu zu starten Was heiße Das ist ja pein Es braucht man ja was oder hä? Meine Logik einfach gerade Geht's überhaupt weiter? Wo ist das da oben irgendwie treffen? Ich habe keine Ahnung wie Keine Ahnung Ja Scheiße Ich glaube nicht wie es weiter geht Hä? Wo geht's hier weiter? Wo? Wo? Was weiß es Was weiß es Hier die Faktor nicht Hä? Hä? Ich habe keine Ahnung Das war keine Ahnung Ich kapiere nichts Hä Wie geht es hier weiter Ich muss auch erstmal drauf kommen Ich weiß nicht wo es weiter geht Ich muss erstmal drauf kommen Hallo Ich wollte da nicht zurück Hier Das muss ich erst mal kapieren Leute So und hier geht es hier mit dem Spiel das ist cool Williossi lol drücke B um dich durch die Erde zu buddeln Auch nach oben und unten Das muss irgendwie bis zum Ziel kommen Und da gibt es natürlich andere Sorten an Härte Und wir haben noch Zeit übrig Sehr schön Ich bin da beim neuen Mittelfelflecken landet Oh nein Ich bin super mal gewohnt dass man drauf springt Was Ich bin super mal gewohnt 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 Nein! Hier sind size die Kästen. Wenn ihr einen so vermallt. Aber nicht, das ist nicht schön. Der ist nicht schön, wenn du eine Beine rauskommst. Das ist nicht so. Das ist ja klar. ja sehr schön das was heiße ich bin ein einziges Labyrinth hier gerade irgendwie scheiße jedoch der kassi ja nie weil die bisschen das ein bisschen was jeder ja sie nein wieder falsche seite alter das kann leicht abpacken das tut es auch so jetzt zum nächsten mal ich merke zwischen euch wieder raus denn ich merke uns wissen wir es aber was war dieser hier halleluja das ist dumm wer sind wir jetzt hier wieder ja schön aber er sagt ja trotzdem ist da oben das macht Sinn das ist ja verwirrend das heißt es ist ein glück dass ich jetzt nicht auf dem boden sein muss halleluja das war was so sehr schön wir haben es beendet dieses labyrinth halleluja das wird ja noch lustig so also im nächsten part geht es dann weiter mit der welt 2 3 und 2 4 freut das drauf macht's gut bis zum nächsten mal die leute und ciao bis zum nächsten mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020